Herzlich Willkommen zurück bei Command & Conquer Red Alert 3 zusammen mit Tobi. Jawohl. Genosse Tobi, machen wir weiter. Mit Gap. Meine lieben Mitbürger, ich bedanke mich, dass Sie mich zu Ihrem neuen Präsidenten gewählt haben. Ich werde unser Land mit Bedacht durch diese wirklich dunklen und gefährlichen Zeiten führen. Der Vorstoß der Sowjetunion nach Europa bedroht den Fortbestand unseres Landes. Wir haben Truppen und militärisches Gerät nach Europa verlegt, aber ob wir in den Krieg eingreifen, steht noch nicht fest. Bis jetzt. Ich habe beschlossen, unsere Anstrengungen zu verfünffachen bezüglich dieses großen Konflikts. Es ist Zeit, höchste Zeit, dass Amerika Stellung bezieht und alles daran setzt, um dem Kommunismus Einhalt zu gebieten. Wenn wir das nicht tun, wenn wir warten, wird es, wird es sehr bald, leider zu spät sein. Fast schon hatten wir den Sieg in der Tasche und jetzt das. Der neue amerikanische Präsident ist ein ignoranter Fanatiker. Er würde uns am liebsten vom Antlitz der Erde töten. Er hat die Alliierten aufgerüttelt und ihnen neue Hoffnung gemacht. Wir müssen sofort zuschlagen, bevor sie ihre Truppen mobilisieren können. Sind Sie bereit, General? Natürlich. Kommandant, wir greifen die Alliierte Kommandozentrale in Genf an, bevor der Feind Sie verstärkt. Sie werden den Angriff leiten und ich stoße zu Ihnen mit der ganzen Macht des sowjetischen Militärs. Das wie dann hier. Machen Sie sie fertig, Nikolai. Wir müssen die Alliierten aufreiben, bevor die amerikanischen Entsatztruppen eintreffen. Unser Hauptziel ist eine vorgeschobene Kommandozentrale in Genf. Vernichten Sie diese Basis, bevor die Alliierten sie als ein Sprungbrett in unser Hoheitsgebiet verwenden können. Der General wird zu Ihnen stoßen, sobald er weggeebnet ist. Wir kämpfen zum ersten Mal gegen die andere Fraktion, die Alliierten. Und dem Landesinneren einen Standort errichtet. Der Premier wünscht, dass General Krukow diese Operation persönlich überwacht. Hier Ihre Befehle. Analysieren Sie die Feindbewegungen in Seenähe. Versenken Sie alle Marineeinheiten, auf die Sie stoßen. Neutralisieren Sie die Alliierte Basis, um General Krukow den Weg zu ebnen. Bringen Sie die Genfer Banken dazu, unsere Sache zu unterstützen. Viel Glück! Okay. Ich glaube, hier war es so, dass einer von uns eine Basis im Wasser hat und der andere an Land. Heißt, wir sind aufgeteilt. Die Luft stinkt nach Kapitalismus. Das mag bloß ein See sein, aber die Alliierten verfügen über neueste Technologie. Weiter vorstoßen, aber vorsichtig. Genau, hier sind wir aufgeteilt. Neues Bonus-Ziel erhalten. Kommandant, Sie können neben eigenen unter den Strukturen des Co-Commandeurs neue Gebäude errichten. Wird gebaut. Okay. Wird gebaut. Du musst auch aufpassen, die greifen dich auch regelmäßig an. Batterien sind aufgeladen. Und du siehst schon die tollen Einheiten der Alliierten auf See, die einfachen. Sind fucking nochmal Delfine. Jesus. Batterien sind aufgeladen. Feindliche Einheiten entdeckt. Bauarbeiten laufen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Stingray. Systeme bereit. Stingray. Wird gebaut. Batterien sind aufgeladen. Tisten wir die Systeme. Sehen wir's dort. Stingray. Batterien sind aufgeladen. Alle Systeme stabil. Systeme bereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Batterien sind aufgeladen. Ist da draußen was? Ohne Fragen zu stellen. Also die große Sowjetarmee schickt sie, um uns aus Genf zu vertreiben. Da bin ich aber froh. Als ich hörte, dass ihr Jungs kommt, dachte ich erst, es wird ein harter Kampf werden. Batterien sind aufgeladen. Dann von den gegnerischen Kommandanten die Trash-Talks zu werden. Haha. Wir können im Bruchteil einer Sekunde unsere Flotte verlegen. Eine verrückte Sache, aber kann vielleicht nützlich sein. Nein. Stingray. Batterien sind aufgeladen. Einheit verloren. Die Bedrohung durch die alliierte Flotte ist größer als erwartet. Sie wurden autorisiert, Akula-U-Boot einzusetzen. Den kannst du die Flugzeugträger gut weghauen. Bau abgeschlossen. Funktionieren die Scanner? Lass sie nicht durch den Augen. Feindliche Einheiten entdeckt. Der muss sitzen. Eine Einheit wird angekommen. Und der Flotte wird angegessen. Ich bin bereit. Irgendwärfine sind keine Süßwassertiere. Was geht ihr vor? Hermel, euer. Ich sag's nicht nochmal. Und das Verbündet haben wir angegessen. Delfine sind keine Süßwassertiere. Ja. Stingray ist egal. Ich bin bereit. Ist da draußen was? Mal sehen, was passiert. Willst du funktionieren? Systeme bereit? Eine Einheit wird angegessen. Irgendwelche Freiwilligen. Wir kommen. Erste Bank haben wir. Wird gebaut. Ich bin bereit. Ach so. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Bau abgeschlossen. Eine Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Stingray wird angegriffen. Dieser Trick noch mehr. Position zurücksetzen. Musst du die zerstören, die Banken, oder was musst du denn machen? Da musst du einen Ingenieur reinschicken. Okay, ich kann halt keine Landleute ausbilden. Alles gut, ich schicke einen rüber mit einem Bullfrog. Einmal einen Bullfrog. Stingray, spielen wir rück. Die Sonder wird angegriffen, was? Schnell auf. Helfe, Batitem. Herr mit eurem Geld, ihr kapitalistischen Heuchler. Eine gute Wahl. Einmal einen Bullfrog. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Batterien sind aufgeladen. Ja. Wir kommen. Systeme bereit. Spulen bereit. Sehen wir es dort. Batterien sind aufgeladen. Ja. Außerdem, du könntest, wie vorhin gesagt, eine Kaserne bei mir theoretisch oben an Land bauen. Aber musst du nicht, die macht das jetzt schon. Nur falls irgendwann mal du da was brauchst. Also meinen Baubereich kannst du quasi auch nutzen. Das ist der Steino. Reversion beendet. Batterien sind aufgeladen. Wasser, kein Problem. Spulen bereit. Tessen wir die Systeme. Spulen bereit. Systeme bereit. Batterien sind aufgeladen. Alle Systeme stabil. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ist er draußen was? Feindliche Einheiten entdeckt. Wüsste funktionieren. Diese Bank ist hier mit Eigentum des sowjetischen Premierministers. Okay, die kann auch reingetragen. Ah, ist klar. Aufladen. Wir kommen. Eine Einheit aus Anbieter. Sehen wir es doch. Ja. Funktionieren die Scanner? Volle Klopfe raus. Ja, genau so. Wir sind immer noch da. Systeme bereit. Eine. Fangen wir was. Fangen wir was. Funktionieren die Scanner? Fangen wir in den Scanner entdecken. Tropfen wir was? Neutral. Ha! Wieso totet die Schweiz einen alliierten Militärstützpunkt? Unsere Verbünde hat angegriffen. Wir lauern unter Wasser. Wir bleiben unten. Volle Klopfe raus. Hinterher. Mänder, neue Koordinaten. Ja, da muss ich sowieso nicht. 50 Einheiten entdeckt. Wir sind der Schrecklauze. Oh Gott, was denn oben soll da auch nicht mehr lang dauern. Eine Einheit wird anbieten. Wir nach neuen Koordinaten. Fahrwärts. Füßen wir die Systeme. Energiezufuhr. Elektroden aufladen. Mal sehen, was passiert. Energiezufuhr. Du auch, Tobi? Wolltest du als Kind auch immer mit Torpedos auf der Viele schießen? Natürlich. Also diese Dialoge könnten aus unserer DSA stammen. Not kinderlei. Meine Forschungen. Mal sehen, wie viel Tier und Schöpfung eingetreten. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, was passiert. Eine Einheit wird angekürzen. Ja, genau so. Mal sehen, was passiert. Psst, heiße. Vergellas. Die Beschädigung der Systeme. Spürt die Energie. Zugbau abgeschlossen. Neue Bauabschluss. Wird gebaut. Vielleicht habe ich ihr Können ja doch etwas unterschätzt. Haben Sie vor, gegen den Feind zu kämpfen, Kommandant? Oder verkriechen Sie sich nur in Ihrem Stützpunkt? Ich schätze, alles bleibt an mir hängen. Das heißt, gefällige Idiot. Ja, er ist so ein unsympathischer Mensch. Koordinieren. Sie haben jetzt Zugriff auf V4-Raketenwerfer. Nutzen Sie Ihre enorme Reichweite. Schlachtfeld erweitert. Neues Einsatzziel erhalten. Oh. Wir haben die Alliierten einen Flugzeugträger in den See gekriegt. Das war sicher ein hartes Stück Arbeit. Eine Einheit wird angetauscht. Auf dem Grund des Sees richtet Ihr Flugzeugträger nicht viel aus. Geht ihr aushalten. Wissen Sie funktionieren. Tessen wir die Systeme. So viel Druck. Wird gebaut. Wem werden paulat um? Gut, wir haben hier eine Menge Munition. Wer ist der Nächste? Wir sind Sikkel. Bereit, Mellor? Oh, wir mussten kurz an die Tür. Wem werden paulat um? Aber ja, wir müssen auch noch auffassen, dass der nicht stirbt. Schön, oder? Ja. Verdammt, die eine Bank hat zerlegt mit der Artillerie. Ich hab Scherwerhunde. Ja, das sind die Kampfhunde. Das ist Pandoor zu den Kriegsbären. Machst du ihn auch so sehr? Ich hab Scherwerhunde. Ich hab Scherwerhunde. Erhaltet die Gürtel an, Jungs. Er ist unterwegs. Herr Trübelmänner. Eine Einheit wird angegriffen. Akula Obot bereit für taucht. Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's verloren? Weiter. Wander. Sikkel Patrolien. Der Sie bei der Plattform. Herr Trübel. Herr Trübel. Sie haben was gehört. Erhaltet die Gürtel an, Jungs. Kapitalistin Schweine. Financiert mit eurem Geld die Glorreiche Revolution. Herr Trübel. Oh je! Du hast uns getroffen. Kommt schon! Die Norden sind aufgerufen. Batterien sind aufgerufen. Ein Klappchen ausgerufen. Die Norden sind aufgerufen. Ein Klappchen ausgerufen. Die Norden sind aufgerufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach so, das ist ja auch ein Rocketfly Ich weiß, die hohes Gebäude sind krass von denen So viel Druck V4, Einsatzbereitung Möbile Erarchitenwerfer Wir sind hier Wir sind unterwegs Warte auf die Ordination BUFF Sawi Wir sind unterwegs Das war das Das war das Du hast noch ein paar Einheiten bei dir, aber ich hab sie zerstört gekostet, oder? Danach kommt also nichts mehr. Feuern, wenn bereit! Bereit zum Abschuss! Viel erfahrt! Gezicht kommt, los! V4! So, dann machen wir es mal da weg. Spiel besteht! Wird gebaut! Wird gebaut! Sicherheitsbestimmungen online! Kannst du mir recht machen! Sing Ray! Ja! Sehen Sie sich Ihre mickrige Armee an! Zum Weinen, Freunde! Ihr solltet mir mehr Respekt erweisen und euch zurückziehen! Wir drehen Sie! Einsatz für Ihre Reise! Und wieder! Habe ich meinem Russland den Sieg gesichert! Ja, genau! Kassen Sie gut auf, mein Freund! Vielleicht schaffen Sie es das nächste Mal ohne mich! Das ist doch machbar, vermute ich! Das war nicht unsere letzte Begegnung! Und das nächste Mal wird Ihr General nicht da sein, um Sie zu retten! Das ist doch ein Generallack! Da hattest du eigentlich keinen mehr! Sind alle draufgegangen! Ja, aber das ist zwar eine etwas kürzere Folge, aber das ist eine Folge! Wir waren mit unserem sehr sympathischen Vorgesetzten in Genf! Richtig! Bis zum nächsten Mal! Bis dann, macht's gut! Tschüss! Ciao, ciao! Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.